Herzlich willkommen! Wir haben uns darauf spezialisiert, den monatlichen Beitrag unserer Kunden, die Privatpatienten sind, durch unser PKV-Konzept zu reduzieren und das bei gleichen oder besseren Leistungen. Am Ende dieses Videos werden Sie wissen, wie Sie die drei fatalsten Fehler bei einer Beitragsreduzierung oder einem Tarifwechsel Ihrer privaten Krankenversicherung umgehen. Wenn sich Ihr Beitrag in den letzten zehn Jahren um circa 50 Prozent erhöht hat, dann bedeutet das eine Beitragssteigerung von 4 Prozent im Jahr. Hat sich Ihr Beitrag in den letzten zehn Jahren sogar verdoppelt, dann bedeutet das eine Beitragssteigerung von 7 Prozent im Jahr. Angenommen, Ihr Beitrag steigt jährlich um 4 Prozent in den nächsten 20 Jahren, dann bedeutet das bei einem heutigen Beitrag von 500 Euro, dass Sie in 20 Jahren 1.100 Euro jeden Monat zu zahlen haben. Vermutlich werden auch Sie häufig auf den Wechsel zu einer anderen Versicherungsgesellschaft angesprochen. Doch zwei entscheidende Gründe sprechen dagegen. Erstens, Sie verlieren Ihre Altersrückstellungen. Zweitens, Sie müssen erneute Gesundheitsfragen beantworten. Da Ihre Versicherungsgesellschaft und Ihr Versicherungsmakler kein wirtschaftliches Interesse haben, Ihre Kosten bei gleichen oder besseren Leistungen zu senken, informieren Sie diese gar nicht. Informieren Sie falsch oder Sie legen Ihnen Tarife vor, die für Sie nicht interessant sind. Erhöhen Sie nicht Ihren Selbstbehalt, denn das ist keine Lösung. Denn wer krank wird, muss Leistungen bis zu einer gewissen Versichensumme selbst bezahlen. Das PKV-Konzept hat in den vergangenen Jahren bei mehr als 800 Privatkrankenversicherten eine Beitragsreduzierung erfolgreich durchgeführt. Im Durchschnitt konnten wir die Kosten im Jahr unserer Kunden um 2208 Euro senken. Bei unserem PKV-Konzept geht es nicht um den Wechsel zu einer anderen Versicherungsgesellschaft, sondern darum, dass wir für Sie Ihren Monatsbeitrag um 30 bis 60 Prozent senken. Das Beste an diesem Konzept ist, dass Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft versichert bleiben und aus diesem Grund Ihre Altersrückstellungen vollständig erhalten bleiben. Eine erneute Gesundheitsprüfung ist nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten viel bessere Leistungen. Von daher ist es nicht relevant, wie alt oder ob man vorerkrankt ist. Die Leistungen bleiben gleich oder werden sogar besser. Auch bei Ihnen würden wir gerne den Beweis antreten, dass es möglich ist, durch unser PKV-Konzept bis zu 60 Prozent Ihres Monatsbeitrags zu senken. Tragen Sie sich jetzt in dem nebenstehenden Feld ein und Sie werden von unseren Experten kostenlos und unverbindlich beraten, die sich auf das PKV-Konzept spezialisiert haben.